Mann, 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 das heutige Video ist voll mit geilem Zeug. Ganz hinten habe ich dir noch einen kleinen Geheimtipp mit dazu getan, wo du für sehr wenig Geld ein sehr cooles Kunstwerk mitnehmen kannst. Zeige ich dir ganz am Schluss. Bevor es losgeht, wie immer, kleiner Hinweis, du weißt, es gibt das NFT-Magazin. Das einzige Print-NFT-Magazin und das erste weltweit, das kannst du hier drunter bestellen. Ich schenke dir das Magazin. Du kannst es kostenfrei als PDF haben, wenn du sagst, hey, darüber hinaus möchte ich es auch als Print haben. Du kannst mal meine Twitter-Timeline durchscrollen. Ganz viele Menschen, die sich das Ding zu Hause gerahmt haben. Wenn du es haben willst, schenke ich es dir auch. Das Einzige, was ich dich bitte zu übernehmen, ist Verpackung und Versand. Und das sind 4,99 Euro. Ehrlich gesagt, das ist sogar ein bisschen mehr als 4,99 Euro. Aber das schenke ich auch noch mit obendrauf. Übrigens an der Stelle, nur damit du es mal gehört hast. Mein Twitter-Account ist sehr sinnvoll zu folgen. Du findest ihn unter dem Twitter-Ad, Ad Nullinger. So wie früher Ad Nullinger von Antony Bayern geheißen hat. Oder du suchst einfach nach Warren himself, wie Warren Buffett und dann himself. Der Link zum Magazin ist hier drunter. Hier drunter ist noch ein Link. Der Link führt dich zu einem kostenfreien Webinar, der dir, genauso wie dieses Buch hier, Reich mit NFTs, das es überall gibt, wo es Bücher gibt, der dir, das dir, das Webinar, der Workshop, der dir alles zeigt, was du zum Thema NFTs wissen musst und dich sofort Schritt für Schritt dahin bringt, dass du sehr viel von dem, was ich mache, nachmachen kannst. Da ist am Schluss auch ein Angebot. Da geht es zu mir ins Coaching rein. Wenn dich das interessiert, dann ist hier drunter der Link. Und jetzt geht es in die Folgen. Und wie gesagt, am Schluss noch ein kleiner Geheimtipp. Und vorher geht es um den Bored Ape Yacht Club, den gelangweilte Affenjachtclub. Der Bored Ape Yacht Club bringt was Neues raus. Die minnten ja immer wieder mal Sachen. Es gab die Bored Apes, es gab die Kennels, also die Hunde. Es gab die Mutant Apes, später Other Side und die Other Deeds. Und jetzt gibt es etwas Neues. Und wie du da rankommst, das erfährst du in diesem Video. Grundsätzlich geht es erstmal darum, es gab eine Geschichte von den Bored Apes, dass aus einem anderen Universum ist einer rübergekommen, hat eine Schatulle gebracht. In der Schatulle ist irgendwas ganz Abgefahrenes drin, gibt es einen Film dazu. Und für diese Schatulle gibt es einen Schlüssel. Und den Schlüssel hat Jimmy the Monkey einfach gegessen und er steckt jetzt hinten bei ihm auf der Toilette fest. Deswegen haben die Jungs von Yuga Labs ein Spiel kreiert, wo du durch die Abwasserkanäle durchfährst und Gegenstände einsammelst und Punkte bekommst. Und wer die allermeisten Punkte weltweit hat, der bekommt den Schlüssel. Und wer einfach nur, in Anführungszeichen, Punkte sammelt, der kann was minnten. Und zwar das Nächste, eine geheimnisvolle Energiequelle, nennen sie es von Yuga Labs. Die sind ja immer super kreativ, die Jungs. Und wenn du da einen höheren Score hast, kannst du was Besseres minten, als wenn du einen niedrigeren Score hast. Man nennt das Skill-Based Minting. Die Voraussetzung, dass du überhaupt was minten kannst, ist der Abwasserpass, der Sewerpass, Abwasserkanalpass, Sewerpass. Und diese Sewerpasses werden, wie immer bei den Bored Apes und bei Yuga Labs, kostenlos vergeben an Bored Apes und Mutant Apes. Und zwar in vier Stufen, wo die vierte Stufe die beste ist. Teil 1 kriegt jemand, der nur einen Mutant Ape hat. Teil 2 kriegt jemand, der einen Mutant Ape zusammen mit einem Bored Kennel Club, also mit einem Doggo, mit einem Hund hat. Teil 3 kriegt jemand, der einen Bored Ape hat. Du kennst dieses Logo. Und Teil 4 kriegt jemand, der einen Bored Ape und einen Kennel dazu hat. Also, das ist die Verteilung. Dann wird als allererstes mal eine Sache passieren. Dann werden diese Sewerpasses geclaimt. Also jemand, der einen Hund mit einem Affen, nur einen Affen, einen Hund mit einem Mutant oder nur einen Mutant hat, kann sich einen Sewerpass claimen. Und die werden mit Sicherheit auf den Zweitmarkt landen. Ganz viele von denen. Weil ganz viele werden sagen, ja, nee, schnelles Geld verkaufe ich erst mal. Muss aufpassen, kann sein, dass das am Anfang so ein bisschen nach oben pumpt und du vielleicht zu viel bezahlst, wenn du gleich kaufst. Könnte aber auch wie so oft sein, dass die Preise gleich durch die Decke gehen und einer, der nicht gleich kauft, später in die Röhre schaut und sagt, Scheiße, jetzt muss ich, Entschuldigung, Kacke, jetzt muss ich viel mehr Geld dafür bezahlen. Also bleibt so ein bisschen wie immer deine Entscheidung. Mit diesem Sewerpass kannst du jetzt spielen. Du kannst an diesem Spiel teilnehmen. Und in diesem Spiel, hier ist übrigens mal alles zusammengefasst, auf der Seite mdvmm.xyz. Dann kannst du alles zusammenfassen, ist alles zusammengefasst und kannst mit deinem Sewerpass spielen. Und wenn du nur ein einziges Mal mit dem Sewerpass gespielt hast und nur einen Punkt holst, bist du schon qualifiziert für den Mint. Diesen Mint nennen sie übrigens das Summoning, die Beschwörung, die Heraufbeschwörung. Da wird das, diese Energiequelle, was auch immer das ist, heraufbeschworen. Also du musst einmal spielen. Achtung, Achtung, wenn du einen Sewerpass kaufst und denkst, ja, da kann ich jetzt dann minten und spielst kein einziges Mal, dann bist du disqualifiziert. Du kannst dann nicht minten, deswegen du musst ein einziges Mal spielen. Du kannst dich jetzt natürlich auch stunden- und tagelang hinsetzen und spielen, spielen, spielen und versuchen, einen möglichst hohen Score zu bekommen. Dann wirst du, glaube ich, den Sewerpass für sehr viel Geld weiterverkaufen können, weil der Score wird auf dem Sewerpass gespeichert und später dann aber eingefroren. Also später kann er dann nicht mehr übertragen werden und allein dadurch kannst du schon gutes Geld verdienen. Apropos gutes Geld verdienen, wir schauen uns auch gleich noch den Tipp von letzter Woche mit den Grails 3 Mint Passes an. Ich glaube, das war ein ganz guter Hinweis. Also siehst du es hier nochmal, Mint Pass, Tire 1 bis 4, dann Spielen, 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 ein Skill-Based Mint, dann kommen noch Minigamesets Evolution 2 und dann, also Minigameset 1, Minigameset 2. Für alle Spiele komme ich gleich noch drauf, wirst du ApeCoin brauchen oder du kombinierst es mit einem Bored Ape Kennel Club, dann kommt was Besonderes raus. Deswegen glaube ich auch immer noch, dass die Hunde, die Bored Ape Hunde, die Kennels unter Umständen noch unterbewertet sein können, weil ich glaube, dass das die Menschen noch nicht so ganz gecheckt haben. Beim Spielen, Achtung, 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 kannst du mit, ich glaube, jetzt habe ich es vergessen, ich glaube 2 Ape Coins, 2 oder 3 Ape Coins, kannst du einen Booster kaufen, sodass du besser, schneller, mehr Punkte bekommst. Also wird es sehr viel Nachfrage nach Ape Coins geben, was auch wieder dafür sorgen könnte, dass der Ape Coins Kurs steigt, was gut ist für die Menschen, die im Staking drin sind. So oder so ist das das Spiel. Du kriegst mit Ape, Mutant Ape, zusammen mit Hunden einen Sewer Pass. Mit dem Sewer Pass kannst du das Spiel spielen. Wenn du das Spiel gespielt hast, hast du einen Highscore und mit dem Highscore kannst du dann im nächsten Mint von dem Booster Ape Yacht Club etwas Besonderes minden. Wir können uns das übrigens hier auch nochmal beim Booster Ape Yacht Club selber anschauen. Hier ist eine ganze Litanei drin. Eigentlich hätten gestern die Sewer Passes geklamt werden sollen. Die werden erst heute geklamt, weil da gab es noch ein paar Sachen, die sie reparieren mussten. Und dann, also kannst du free claimen den Sewer Pass. Dann gibt es das Dookie Dash Spiel, also wo du durch den Abwasserkanal reitest. Das wird bis 8. Februar ungefähr gehen. Also sie verschieben sich jetzt 24 Stunden, vielleicht geht es dann bis zum 9. Du kannst unlimitiert viel spielen, musst aber mindestens einmal spielen und einen Score von mehr als 0 erreichen, um deinen Sewer Pass zu validieren. Am 15. Februar werden validierte Sewer Passes in eine neue Power Source verwandelt werden können. Also du wirst damit was mitten können. Genau, der Highest Single Run wird was kriegen und der Allerhöchste kriegt den Schlüssel. Was die Power Source ist, wissen wir noch nicht. Dein Score wird basieren auf dem, was du im Sewer einsammelst und wie lange du überlebst. Und hier ist noch die FAQ mit drin. Die Seite mdvmm.xyz oder die Seite news.yuga.com, da ist alles drauf. Also, ich glaube, die Sewer Passes werden interessant zum Handeln. Ich glaube, die Sewer Passes mit hohem Score werden interessant zum Handeln. Wenn du nicht viel zu tun hast und sagst, hey, ich hole mir so einen Sewer Pass und spiele mich da richtig hoch, ich glaube, dann kann man da richtig Geld damit verdienen. Und ich glaube, was sie da als nächstes bringen, ist wieder eine sehr coole Sache. Soviel zum Thema Bored Apes. Jetzt ganz kurz. Ich habe letzte Woche, da waren sie ungefähr bei 2,6 Ether ja gesagt, hey, es gibt für die Grails 3 den Mint Pass. Der Mint Pass, weil der Mint immer noch offen ist für die Grails, er ist noch sechs Tage lang offen, 682 sind gemintet. Den Mint Pass kann man immer noch kaufen und zwar ist der bei 2,7 Ether. Ist ein bisschen hochgegangen. Es gibt einige, die schon ausgemintet sind. Hier siehst du 50 von 50 gemintet. Hier sind 25 von 50 gemintet. Hier sind 114 von 50 gemintet. Hier sind 50 von 50 gemintet. Ich habe übrigens den hier gemintet. Grail Nummer 2 mit meinem Mint Pass. Und wenn wir jetzt mal schauen, wie die auf dem Secondary, auf dem Zweitmarkt schon gehandelt werden, die Grails, die bis jetzt schon gemintet sind, dann hast du, wenn du das Video letzte Woche gesehen hast und hast dir einen Mint Pass für 2,6, 2,7 Ether vielleicht gekauft, vielleicht sogar 2,5, dann schauen wir uns hier mal an. Der Floor von den Grails ist 3,3 Ether. Und das ist nicht ein Fantasiefloor, sondern wenn wir jetzt mal auf Recently Sold gehen, also das, was als letztes verkauft worden ist, dann sehen wir, dass hier für 4 Ether verkauft wurde. Hier für 5,5. Wurde der hier für 8 Ether verkauft? Lese ich das richtig? Oder ist das nur der Current Price? Nein, das ist nur der Current Price. Aber also hier für 4 Ether, für 5,5 sind schon Grails verkauft worden. Das heißt, wenn du einen Mint Pass für 2,5, 2,6, 2,7 Ether gekauft hast, hast du zum Beispiel dieses Piece oder dieses Piece gemintet, hast du 2 beziehungsweise 3 Ether Gewinn gemacht. Finde ich schon echt nicht schlecht. Wenn wir uns mal Highest Last Sale anschauen, also die höchsten letzten Verkäufe, dann ist das 5,5, das hier 4. Also wurde schon was verkauft und der Floor, der Angeblut 2 ist bei 3,3. Also einen ganz schönen Plus mit diesem kostenlosen Hinweis auf diesem Kanal. Deswegen sage ich immer, abonniere den Kanal und mach die Glocke an, sodass du jedes Video, das rauskommt, als einer der ersten siehst, weil das hat in der Regel einen geldwerten Vorteil. Wie der Finanzbeamte sagen würde. Jo, und jetzt gibt es noch einen kleinen Geheimtipp von mir. Es gibt einen Künstler namens Showdeer und der Showdeer, der macht, wie ich finde, wirklich ganz tolle Kunst. Ich habe sehr viel von dem. Ich mag dieses Farbenfrohe. Und der hat jetzt gerade einen Mint offen für 0,01 Ether. Das sind 95 bis jetzt gemintet. Also das sind 14 Euro umgerechnet für dieses Kunstwerk. Und das Coole bei diesem Kunstwerk ist, du hast zum einen für 14 Euro, 102 sind gemintet, eine Open Edition von diesem Kunstwerk. 14 Euro, wie gesagt. Und wer das tausendste mintet, kriegt sein tausendstes One-of-One. Der produziert sehr viel und der hat Unikate und da macht er jetzt das tausendste. Und das tausendste kriegt der tausendste, der das hier mintet. Ich bin mal gespannt, wie das hinten dann aussieht beim Minden. Also finde ich ganz cool. Ich habe letztens schon bei mir in der Community so einen Mint von ihm gesagt, der war dann sofort ausgemintet. Dann ist der völlig ausgeflippt, hat mir geschrieben, hey Mike, vielen Dank. Da habe ich gesagt, du, Showdeer, alles gut. Ja, ich will dir was schicken. Ich glaube, er hat mir dann auch ein Kunstwerk von sich als NFT geschickt. Ich mache das nicht gegen Bezahlung. Ich sage das wirklich nur, weil ich den Showdeer total gern mag und weil ich die Kunst total gern mag. Und weil das einfach, was der macht, ist einfach toll. Müsst ihr euch mal durchschauen bei OpenSea. Einfach wirklich tolle Kunst. Und für 14 Euro sowas, wenn ich mir sowas später mal vorstelle, so drei auf zwei Meter an der Wand hängen, so ein Bild, finde ich einfach cool. Die Adresse für ihn ist hier app.manifold.xyz.c.thequestion.ii. Dann könnt ihr da drauf. Ihr könnt aber auch ansonsten einfach auf sein Twitter gehen, Twitter gehen, Twitter gehen und dem Showdeer folgen. Da hat er es auch drin. Ist sein Tweet von heute, The Question 2. Jo, ihr Lieben. Also, da war hoffentlich viel für euch mit drin. Ich hoffe, ihr wisst jetzt, wie der nächste NFT-Mint vom Bored Ape Yacht Club funktioniert. Ich finde, sie haben sich wieder mal sehr viel, sehr geile Gedanken gemacht. Die Jungs sind einfach total kreativ. Wie gesagt, wenn du tiefer ins Thema NFT einsteigen möchtest, hier drunter ist der Link zum kostenfreien Workshop, wo ich dir auch das Coaching anbiete, was sehr viele Menschen sehr lieben. Und darüber hinaus ist hier drunter der Link zum kostenlosen NFT-Magazin, das jetzt bald rauskommt. Übrigens, du kannst ja auch immer noch den NFT zum NFT-Magazin kaufen. Der ist von Marco Mori. Ist hier drunter auch der Link. Wenn du den NFT zum Magazin hast, das Magazin kommt im Jahr 2023 viermal raus. Kriegst du das Magazin, wenn du den deutschen hast, den deutschen NFT auf Deutsch, wenn du den englischen hast auf Englisch, wenn du beide hast beides, wenn du vier davon hast, vier oder sechs, dann kriegst du sechs, nach Hause geschickt, völlig ohne weitere Kosten. Da ist Verpackung, Versand, Magazin, alles mit drin, wenn du den NFT hast, der übrigens auch im Floor schon ganz gut gestiegen ist. Vielen Dank, dass du zugeschaut hast. Lass einen Daumen hoch da und wie gesagt, abonnier den Kanal, mach die Glocke an. Ich denke, das lohnt sich sehr oft, sehr stark. Schön, dass du mit dabei bist und wir hören uns hier bald wieder, wenn es heißt All Things NFT. Ich denke, dass du mit dabei bist, wenn du mit dabei bist, Wenn du mit dabei bist, dann bekst du mit dabei bist, dann erf